Hey Tiffy! Hallo einmal! Ich bin's wieder, eure Mareike aus dem Trullabirsch. Und heute, sie sehen es, geht es um das Thema Christopher Street Day. Der findet nämlich diese Woche hier in München statt. Und ich habe mir gedacht, Mareike, habe ich gedacht, gehe sie dahin. Gehe sie dahin, beeinflussen sie die Leute. Und siehe da, ich bin in die Fernsehen. Es hat alles wunderbar funktioniert, mein Plan ist aufgegangen. So, also, wild gewordene Hetero-Mädchen. Und auch die Lesben aus Mecklenburg-Vorpommern. Und auch meine Homo-Rasselbande, die Schwulen und ja auch die Heterosexuellen, sind herzlich dazu eingeladen, online einzuschalten. Denn das Gay, Black und meine Wenigkeit, die Mareike vom Trullabirsch, habe ihnen mal aufgezeigt, wie es hätte werden können, wenn wir da gewesen wären. Aber wir waren ja gar nicht da, es gibt nämlich keine Demonstration wegen Corona. Es hätte es so schön werden können. Aber es wird trotzdem schön.